Es läuft der Countdown. Und ein paar Sekunden nur noch. 7, 4, 3, 2, 1, Alter. Okay. Es ist natürlich viel Gold. Gut, dann kann ich meinen Prinz abreden. Ach, das ist gut. Okay, das ist okay. Das ist schlecht. Schucke, Schucke, Gift. Jetzt kommt noch eine epische Scheiße. Zweimal Baby-Typen. Baby-Typen benutze ich eh nie. Den könnte ich schon ewig hochmachen. Ja. Ja, ähm. So, endlich Bremsackschäden aufleveln. Ich muss natürlich auch meinen Teiler zu beitragen. Ja. 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 Ja, macht er halt den Blitz, meine Güte. Nichts, aber wir müssen uns keine Prinzen ein bisschen Schaden machen. Und sie machen den Tower weg, perfekt. Ich glaube, ich soll sie spiegeln. Oh, fuck. Ja, okay. Ich werde den Knall umgesetzt. Auch der hat den Knall umgesetzt. Trieb. Ich schalte. Ich schalte. Und? Ja, perfekt. jetzt blöd klaufe was wach 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 w ein ein bisschen weiter und nur noch ein die Kronen eine Krone brauchen für die Angeste die Konzentrieren Ja, das war jetzt nicht so. Ach, fuck. Das war jetzt scheiße. Ich liebe irgendwas jetzt anderes zu tun. Komm, Skelett-Army, komm, komm, komm. Ja, perfekt. Macht Schaden, macht Schaden. Der Riese geht schon ab, aber... Ja, ist auch nicht das Beste. Deswegen gibt es auch andere, es gibt viel bessere, aber... Der Ritter geht richtig ab. Da stehen wir zum scheiß Feuerball. Und hat es bei euch eigentlich auch geschneit? Schreibt es mal unten in den Kommentaren, weil ich liebe Schnee. Einfach, und es geht richtig ab. Scheiße! Meine Fresse, Alter. Nein, ich sollte... Tiere... Ja, weil ich jetzt... Das Riese vorhin... Die Hexe macht halt meine Spiele. Ja, halt die Chinesen halt. Zuckernation. Ich muss wieder Valkyrie setzen. Valkyrie vor den... Ach, toll. Echt geil. Das war gar kein Sinn. Das mache ich doch. Wie liegt es? Ich war gar ironisch, wenn ich mich nicht gestanden habe. Also... Ja, weg. Ja, vorne. Nein, ich weiß. Meine Fresse. Ich weiß nicht. So. Ich brauche... Ich brauche jetzt... den... den... den Kronen. Das war so klar. Ich konnte nichts anderes machen. Und er hat die Printe. Als ob. Als ob. Und Elite-Barbaren. Will der mich eigentlich verarschen? Ja, toll und super. Die Prinzessin geht halt richtig ab. Was ist denn Level 9? In der Arena. Also ganz ehrlich, der kann man noch gar nicht sein. Ist ja klar. Das ist ja nicht so. 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 Ja, Mann. Das ist eh jetzt gleich dran. Die Elite-Barbaren. Die haben so viel Leben. Sind so schnell. Ey, die gehen richtig ab. Ich würde sagen, das war es jetzt für heute. Geile Tschüss. Kann mich nicht beklagen, aber das ist scheiße. Einfach nur Level 9er. In der 6. Arena. Ich kenne einen. Das ist Level 9. Und ich in der Arena. In der Arena 10. Aber was ist denn scheiße? Wenn du in der Arena 10 bist. Ähm. Und dann kommt das das neue hier raus. Mit dem Schuh. Die Dschungel-Arena. Und du willst ja spielen eigentlich. In der Arena auch. Dann musst du ja Vokale verlieren. Dass du in die Arena kommst. Das ist ja richtig scheiße. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt.